Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren bei Klagemauer TV. Kann es so etwas wie einen demokratischen Militärputsch geben? So zumindest müsste man doch die Reaktion des One World-Propagandisten Barack Obama zum ägyptischen Militärputsch vom 3. Juli übertiteln. Während er das ägyptische Militär fast kollegial dazu aufforderte, die Macht bald möglichst an eine demokratisch gewählte Regierung zurückzugeben, meine der britische Außenminister Haig schon beinahe verlegen, dass man ja an sich gegen Militärputscher in einer Demokratie sei. Ob die beiden das auch so schön daher sagen könnten, wenn zum Beispiel ihre eigene demokratisch gewählte Präsidentschaft vom eigenen Militär weggeputscht würde? Nichts scheint wieder einmal dringender, als dass wir all diese fiesen Vorwände in allem zu durchschauen lernen. Die nachfolgende Sendung hilft Ihnen dabei. Je mehr Menschen über Klagemauer TV die wahren Hintergründe und Absichten erkennen, desto greifbarer wird hinterher die Wahrheit gleichsam in der Luft liegen. Darum, meine sehr verehrten Damen und Herren, machen auch Sie Klagemauer TV überall bekannt. Hiermit schalten wir nun um nach Hannover. Bleiben Sie dran! Willkommen im Studio Hannover. Nachdem nun also Ägyptens zuvor demokratisch gewählter Präsident wieder abgesetzt, die Verfassung Ägyptens außer Kraft gesetzt, die religiösen Radio- und Fernsehstation über Nacht gewaltsam geschlossen und die Mitarbeiter, wie auch Präsident Mosi, in Gewahrsam gesetzt wurden, heißt die neue Macht im Land Militär- und Verfassungsgericht. Nun kann laut den Putschisten die Revolution vollendet werden und ein wahrhaft demokratisches Ägypten entstehen. Ein echter Militärputsch mit anderen Worten in einem zuvor endlich demokratischen Land. Nun müsste doch eigentlich die USA als ewig selbst erwählte Weltpolizei- und Demokratiehüterin regelrecht Amok laufen. Denn hier geschieht ja gerade eine krasse Demokratieschändung. Doch weit gefehlt. US-Präsident Obama forderte das ägyptische Militär lediglich milde dazu auf, so schnell als möglich die Macht an eine demokratisch gewählte Regierung zurückzugeben. Der britische Außenminister Hage fand nur, grundsätzlich sei man eigentlich gegen das Eingreifen von Militärs in einer Demokratie. Wie schön gesagt, ist ja wirklich interessant, wie großzügig und tolerant nun ausgerechnet jene Großmächte auf diesen Militärputsch reagieren, die um ihrer neuen Weltordnung willen bislang kompromisslos Demokratie um jeden Preis durchgebombt hatten und die ja den dominomäßigen Sturz bisheriger arabischer Diktatoren mithilfe bewaffneter Rebellen überhaupt erst ermöglichten. Da kann nun einmal die ganze Welt mit eigenen Augen sehen, was geschieht, wenn der diktatorische Trick mit dem Demokratisierungszwang, sprich mit dem arabischen Frühling, einmal nicht so recht funktionieren will. Man darf mit Spannung abwarten, wie viele Schritte des gezielt geschürten Chaos es noch braucht, bis eine müde gewordene Menschheit jenen Ruf laut erscheinen lässt, auf den die Drahtzieher der neuen Weltordnung seit Jahrzehnten unermüdlich hinarbeiten. Ein starker Führer muss her, der dieses ganze Völkerchaos endlich in den Griff kriegt. Spätestens dann aber wird wohl keiner mehr von bloßen Verschwörungstheorien reden. In diesem Zusammenhang zitiere ich Tanja gut. Übe dein Auge, damit es auch verborgene Dinge sehen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen noch einen angenehmen Abend.